In der Automatisierungstechnik und in der Chemie ist es natürlich so, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die man in der Maschinenbau nicht so hat. Das heißt, man hat lange Leitungen, man hat lange Strecken zu überwinden mit den entsprechenden Leitungen, so dass man immer wieder die Problematik hat, die entsprechend absichern zu können und das auch noch galvanisch. Und da sind wir als Marktführer der Spezialist. Wir haben elektronischen Überstromschutz plus galvanische Trennung, die dann ermöglicht, die Anlage modular aufzubauen und auf die Wünsche und die Gegebenheiten an der Anlage entsprechend auszurichten. Musik 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 Musik